Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 75. Ich hoffe wie immer, dass es euch wunderbar geht. Heute mal wieder. Ich weiß, ich weiß, ich lese es ja jetzt schon und ich weiß, ich sehe auch das Augenrollen. Ja, es ist mal wieder Montag. Ich weiß, es ist schon wieder einen Tag zu spät. In diesem Sinne, ich entschuldige mich natürlich, wie immer, für diese Wundernehmlichkeiten seitens meiner schlechten Tagesplanung, denn tatsächlich lag es am gestrigen Tag tatsächlich an der schlechten Tagesplanung beziehungsweise ich habe mich bei ein oder anderer Sache sehr stark verschätzt, was das Zeitliche betrifft. Heute, ich hoffe, nein, zuvor natürlich wie immer. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere Tour umsetzen. Das Wetter ist ja aktuell doch eher phänomenal. Insofern, da geht doch schon einiges. Also alle Leute, die gerne wandern, Bergsteine, klettern gehen, nutzt diese letzten Tage im August. Es wird wahrscheinlich nicht mehr besser dieses Jahr. Denn der September kommt natürlich und mit dem September kommen dann auch die zahlreicheren Regenschauer und der kühleren Temperaturen, gerade im Hochgebirge. Also ich kann es jedenfalls nur jedem empfehlen, vielleicht mal wieder in die Berge zu schauen, wer das nicht ohnehin regelmäßig macht. Heute sprechen wir über ein Thema, das, naja, das nicht unbedingt ständig vorkommt, aber es war schon einmal Thema auf dem Alpen Academy YouTube-Kanal, nämlich in Form eines Legenden im Porträts. Legenden im Porträt für viele Leute, die, ich sage jetzt mal, etwas frischer dabei sind und das nicht kennen. Legenden im Porträt war der Vorgänger von Berge im Porträt. Und da ging es vor allen Dingen darum, Leute, die im Alpinismus sehr weit gekommen sind, die sehr viel zur Entwicklung beigetragen haben, die sehr viel, die einen sehr hohen Stellenwert in der Szene haben, zu porträtieren und zu zeigen, was die in ihrem Leben so gemacht haben und wie sich dieser Fame, würde man heutzutage sagen, dieser Ruhm, denn letztlich zusammensetzt und ergibt. Und darum geht es heute nochmal so ein bisschen um diese Person dahinter, denn diese Person, wie sie auch schon im Titel steht, ja, die polarisiert natürlich sehr stark. Und dieses Polarisieren, das sollte man vielleicht sich mal genauer anschauen. Und was steckt da denn dahinter? Ich habe mich in Legenden im Porträt schon mal mit Reinhold Messner genauer auseinandergesetzt. In Wirklichkeit aber kratzt das nicht mal an der Oberfläche. Dieser Mensch ist natürlich für sehr viele Dinge bekannt, für sehr viele Dinge berühmt geworden. Für die 14.8000er, für den Mount Everest ohne Sauerstoff, für die Wüste Gobi, Südpol, Nordpol, Grönland. Also, die Liste ist ja wirklich wahrlich sehr, sehr lang. Gleichzeitig muss man aber ehrlicherweise sagen, es sind am Ende des Tages nur, ich sage jetzt mal, sportliche und abenteuerliche Leistungen und damit wurde der Mann zum Millionär. Und berechtigterweise stellen sich viele Leute die Frage, ob das denn gerechtfertigt ist. Ob Leute, die sich ja immer wieder, vor allen Dingen in seiner Position, zu widersprüchlichen, ich sage jetzt mal, Lebensformen bekennen. Also zum einen dieses etwas minimalistischere, dieses ursprünglichere, zum anderen aber dieser schier unendliche Reichtum, der sich genau dadurch ergeben hat. Das Ganze wollen wir heute mal ein bisschen diskutieren, ein bisschen besprechen. Und dafür sollte man vielleicht einen Satz zitieren, den Reinhold Messner in seiner eigenen Biografie selbst am Ende verwendet hat. Nämlich, darin besteht die verborgene Freude des Sisyphos. Sein Schicksal gehört ihm, sein Fels ist seine Sache. Das Ringen um die Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ein sehr berühmtes Zitat aus einem Buch von Albert Camus. Das ist ein Buch, in dem es maßgeblich um Sisyphos geht. Darüber habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Episode gesprochen. Die heißt Der Tod. Da geht es auch maßgeblich um Sisyphos. Und Sisyphos ist ja eigentlich ein Charakter, der, für alle Leute, die das jetzt vielleicht nicht wissen, der vor allen Dingen dadurch berühmt wird, dass er einen Fels immer wieder den Berg nach oben schiebt, bis der Fels am Gipfel des Berges wieder nach unten rollt, sodass Sisyphos wieder am Anfang anfangen muss und ihn wieder nach oben schiebt. Das klingt im ersten Moment etwas sinnlos. Und was Reinhold Messner mit diesem Zitat in der Biografie auch sagen möchte, ist sehr eindeutig. Nämlich, das Bergsteigen ist grundsätzlich sinnlos, aber den Sinn geben dem Bergsteigen auch die Bergsteiger. Ergo, wir als Außenstehende, wenn wir uns jetzt mal als Außenstehende betrachten wollen, wir sind eigentlich gar nicht in der Situation, dass wir das beurteilen oder vergleichen dürfen. Wir dürfen in Wirklichkeit nur beobachten, dürfen uns zwar ein Urteil für uns selber bilden oder zumindest eine Schlussfolgerung daraus ziehen, aber definitiv nicht den Mensch dafür ver- oder beurteilen. Er tut, was er tun will, denn wir müssen ihn uns letztlich als einen glücklichen Menschen vorstellen, auch wenn, ja, vielleicht von außen das Tun für sich allein sinnlos oder dumm erscheinen mag. Wenn Menschen also bei einer großen Gefahr irgendwie sich trotzdem ins Abenteuer stürzen, dann müssen wir immer davon ausgehen, dass das das ist, was sie tun wollen. Dass sie sich bewusst für diese Gefahr, für dieses Abenteuer, für ein gewisses Risiko entschieden haben und das Ganze aus freien Stücken tun. Insofern dürfen wir diese Menschen ja auch nicht verurteilen und genau darauf will Reinhold Messner in seinem Leben hinaus. Trotzdem sollte man vielleicht nochmal am Anfang anfangen. Reinhold Messner, im Müllnustal geboren, der ist eigentlich schon sehr früh mit den Bergen groß geworden. Aber vor allen Dingen möchte ich mich heute mit der Frage beschäftigen, inwiefern Reinhold Messner eigentlich durch seine Geschichte heute das ist, was er nun mal ist und dadurch auch so ein bisschen vielleicht polarisiert, ohne dass die Menschen, die ihn verurteilen oder kritisieren, klar und deutlich diese Hintergründe kennen und verstehen. Man muss natürlich Aussagen von einer Person nicht unbedingt nachvollziehen können oder verstehen können, nachvollziehen vielleicht schon. Man muss sie aber jedenfalls in den Kontext oder in Relation zur Geschichte setzen, die diese Person vielleicht erlebt hat, um damit eine bessere Nachvollziehbarkeit herzustellen. Denn nicht alles, was ein Mensch sagt, ist immer schlecht. Natürlich objektiv betrachtet vielleicht schon, vielleicht sind gewisse Dinge einfach schon schlecht, wenn man die sagt oder denkt oder von sich gibt, aber vielleicht sind sie im Kontext einer gewissen Geschichte, einer gewissen Historie auch nachvollziehbar. Und das ist bei Reinhold Messner eine wichtige Eigenschaft, die man mitbringen muss, damit man viele Aussagen in den Kontext stellen kann und dadurch auch sie verständlicher werden. Reinhold Messner ist ja ursprünglich aus einer sehr armen Familie mit einem sehr, sehr diktatorischen Vater, der sehr kontrollierend, sehr herrschend war und sich definitiv nicht auf eine Meinungsverschiedenheit mit seinen Kindern eingelassen hat. Es war eben dieses typische Rollenbild in den 50ern, dass der Mann sozusagen die Herrschaft in der Familie hat und auch vieles vorgibt und hier auch sehr streng ist und sehr resolut und auch gewalttätig, aggressiv. All das ist so ein bisschen fast schon stereotypisch für das ländliche Leben in den 50ern. Aber gleichzeitig erklärt es auch wieder sehr viel. Denn Reinhold Messner war durch diese Tatsache auch sehr eingeschränkt, sehr gebunden in seinem Leben. Das sagt er auch selber, dass er definitiv nicht viele Möglichkeiten hatte. Aber gleichzeitig war es ihm dadurch auch möglich auszubrechen, einen Schlussstrich zu ziehen, einen finalen, keine Pro- und Kontraliste schreiben zu müssen, sondern einfach zu sagen, in jungen Jahren schon, ich ziehe jetzt aus, ich finanziere mir mein Leben als Bergsteiger selber, ich habe keine Lust mehr auf der Geflügelfarm zu arbeiten. Das ist der Geflügelfarm des Vaters, muss man gleichzeitig dazu sagen. Gleichzeitig war aber auch der Vater sein Lehrer, ergo es stand immer ein sehr enger Kontakt, egal ob Schule oder privat, immer ein sehr enger Kontakt zwischen ihm und dem Vater. Gleichzeitig war das aber vielleicht auch einer der ausschlaggebenden Gründe. So eine intensive Belastung oder so eine intensive Auseinandersetzung tagtäglich miteinander, die führt natürlich irgendwann auch zu Konflikten oder zu einer Belastung, gerade wenn es in die Pubertät geht, gerade wenn es in die Frage der eigenen Selbstverwirklichung geht oder der Selbsterkenntnis auch geht und somit brach Reinhold Messner dann aus diesem Leben irgendwann aus und kehrte diesem klassischen Landleben auch so in gewisser Weise den Rücken und wurde eben zu einem Bergsteiger. Dieser Bergsteiger, der konnte sich anfangs nicht allein über das Bergsteigen finanzieren, denn in erster Linie war er zuvor nur ein verrückter Hund geworden, der die Nordwand als erster Mensch Free Solo durchsteigen möchte und andere Nordwände bewältigen möchte, Mixtklettereien machen will, alles Solo oder vieles Solo und das alles war, dafür war er eben bekannt, aber eher in der Szene und auch eher nur als komischer Kauz und als risikofreudiger Freak, aber definitiv nicht als Profi-Bergsteiger. Die Profi-Bergsteiger waren in dieser Zeit die Bergführer, denn die hatten die meiste Erfahrung, die hatten die meiste Ahnung und danach richtete sich das ein bisschen. Gleichzeitig aber war er auch ein sehr bedachter Mensch. Er wurde ihm zwar immer vorgeworfen, dass er ein risikofreudiger Mensch ist, aber er war immer auch darauf bedacht, wirklich intensiv über seine Projekte nachzudenken, sich gut vorzubereiten und auch wirklich mit einer gewissen Grundvorsicht in die Dinge hinein zu starten. Auch Reinhold Messner heute sagt noch, dass er ein Grund auf vorsichtiger Mensch ist und diese Vorsicht wird wahrscheinlich auch ein Grund dafür sein, dass er heute noch am Leben ist, im Gegensatz zu vielen anderen Profi-Bergsteigern aus dieser Zeit. Wer jedoch nicht mehr am Leben ist, das ist sein Bruder. Sein Bruder, das ist Günter Messner. Er war ebenfalls ein sehr ambitionierter Bergsteiger, war vielleicht nie auf dem extrem guten Level wie Reinhold Messner selber, aber er war gut genug, dass ihn Reinhold Messner auf seine erste riesige, große 8000er-Expedition den Nanga Pabat mitnimmt. Denn ursprünglich war Reinhold Messner und Peter Habeler aus Südtirol vorgesehen, beziehungsweise Österreich-Südtirol vorgesehen, aber unterm Strich wurde das Peter Habeler nicht, denn er hatte kurzfristig abgesagt. Dieses kurzfristige Absagen führte zu einem freien Platz im Expeditionsteam, sodass da dann Günter Messner einspringen konnte. Darüber hat sich sowohl Günter als auch Reinhold gefreut, denn nun konnte man sozusagen im Gebrüderteam losziehen, so wie es in seiner Jugend auch schon der Fall war. Günter Messner aber war eben auch ein ehrgeiziger Typ. Auch er wollte auf den Gipfel des Nanga Pabats. Details dazu kann man sich bei Legenden im Porträt bei Günter Messner ganz gut anschauen. Günter Messner wollte also auch auf den Gipfel des Nanga Pabats, hatte jedoch das Problem, dass er irgendwie nicht so dieses Standing, diese Anerkennung innerhalb des Teams hatte wie die anderen Teilnehmer. Und auch die anderen Teilnehmer wie Felix Kuhn oder Peter Scholz waren durchaus fähige Bergsteiger. Niemand von denen war ansatzweise schlecht. Worüber man aber gut diskutieren kann, ist der Expeditionsleiter Karl-Maria Herrlikhoffer. Ein sehr, sehr schwieriger Charakter, wie später von vielen Seiten gesagt und geschrieben wird, aber vor allen Dingen ein sehr herrscherischer. Reinhold Messner sagt selber, dass die Expeditionen unter ihm immer militärisch organisiert waren. Sie waren so organisiert, dass man eigentlich wenig Widerworte leisten konnte, man konnte nicht viel streiten, es gab keine Diskussion, es gab dieses Führerprinzip, das Karl-Maria Herrlikhoffer etwas festgelegt hat und dann wurde das letztlich so umgesetzt. So aber auch bei den Seilschaften und da hat sich Karl-Maria Herrlikhoffer ordentlich vergriffen. Denn Karl-Maria Herrlikhoffer wollte die Seilschaften grundsätzlich aufsplitten, damit eben diese Teamdynamiken nicht mehr so entstehen und sozusagen das Beste aus den Seilschaften herauskommen kann. Dass das aber in der Praxis nicht funktioniert, vor allen Dingen weil Karl-Maria Herrlikhoffer kaum eine Ahnung vom Bergsteigen hatte, das sah man dann später in der Praxis. Peter Scholz war eigentlich in einer ganz anderen Seilschaft oder in einem ganz anderen Zweierteam, genauso wie Felix Kuhn. Auf der anderen Seite waren Reinhold Messner und Günther Messner die Zweierseilschaft, die eben letztlich auch beim Nanga Parbat eingereist ist und für den Gipfel eventuell in Frage kam. Auch Reinhold Messner und Günther Messner hätten eigentlich aufgesplittet werden sollen und getrennte Wege gehen sollen. Reinhold Messner hat das aber nicht gewollt und hat das sehr konsequent verhindert. Er sagte, entweder Günther geht mit mir oder auch er wird nicht gehen. Es war aber wichtig, dass Reinhold Messner ebenfalls Teil des Teams ist, denn diese Herausforderung, die Merkel-Rinne erstmals zu durchsteigen und somit erstmals über den Weg auf den Nanga Parbat zu kommen, das war für Karl-Maria Herrlikhoffer eine sehr wichtige Geschichte, es war für Deutschland eine sehr wichtige Geschichte und es war letztlich natürlich auch für Reinhold Messner eine wichtige Geschichte. Er wusste aber, er hat hiermit einen Hebel in der Hand, denn Karl-Maria Herrlikhoffer wusste, Reinhold Messner ist einer der besten Bergsteiger in Europa. Insofern waren die Fronten relativ verhärtet, aber Karl-Maria Herrlikhoffer hatte letztlich keine Wahl, als hier diese Zweierseilschaft weiterhin zuzulassen. Später dann aber kam es dazu, dass die berühmte Rote Rakete abgefeuert wurde. Im letzten Lager vor dem Gipfel, da ging es darum, das Wetter wird schlecht, die Expedition dauert schon sehr viel länger als geplant, wie machen wir jetzt weiter? Entweder wir brechen alles ab, bauen alles ab, oder Reinhold Messner versucht einen Solo-Gipfelsturm, falls das Wetter schlecht werden würde. Karl-Maria Herrlikhoffer versammelte sich mit der restlichen Truppe im Basecamp und wartete auf den Wetterbericht. Danach hat er eben ausgerichtet, ob er eine Rote Rakete oder eine Blaue Rakete in den Himmel schießt, um damit zu signalisieren, ob eben ein Schlechtwetter oder ein gutes Wetter vorherzusehen ist oder prognostiziert wurde. Rote Rakete wurde abgeschossen, ergo, es heißt, Reinhold Messner geht allein, denn es kommt schlechtes Wetter und Reinhold Messner riskiert sein Leben, allein für den Nanga-Pabert. Gleichzeitig aber wollte das Günther Messner nicht so auf sich sitzen lassen. Er wollte nicht, dass jemand, dass er quasi hinter seinem Bruder hintangestellt wird. Das wollte er lange Zeit nicht, er ist aber dann sehr oft durch gewisse Umstände blockiert gewesen innerhalb seines Lebens und so wollte er das am Nanga-Pabert nicht schon wieder und folgte ihm. Er folgte ihm aber zeitlich sehr stark verzögert. Es gab keinerlei Fixseile in der Merklerinne, über die Merklerinne selbst absteigen war aber ebenfalls keine Option. Letztlich trafen sie sich auf halbem Weg Richtung Gipfel und bestiegen den Gipfel dann zusammen. Zusammen am Gipfel angekommen ging es dann aber um den Abstieg. Die Merklerinne zurückgingen nicht, denn die Fixseile, die ursprünglich installiert hätten werden sollen, die waren jetzt nicht installiert. Und auf der anderen Seite, der Diamier-Seite, war der Abstieg relativ undurchsichtig und vor allen Dingen unbekannt. Das hatte zur Folge, dass Reinhold Messner und Günther Messner einen Abstieg zusammenfinden mussten, der sich irgendwo in der Diamierscharte herumbewegen sollte. Und dieser Abstieg in die Diamier-Flanke war eine Katastrophe. Denn nicht, weil irgendjemand was massiv falsch gemacht hätte, sondern weil das angekündigte Schlechtwetter eben wirklich kam. Und dieses schlechte Wetter führte dann letztlich dazu, dass die Orientierung schlecht wurde, dass der Abstieg immer schwieriger wurde und dass auch die Lawinengefahr stieg. Das Ende des Lieds war, dass Reinhold Messner seinen Bruder am Berg am Nangapabat verloren hat, innerhalb einer Lawine. Warum sie nicht zusammengestorben sind, das hat sich auch seine Familie sehr lange gefragt. Denn so richtig klar war das nicht, es gab nur die Erzählungen von Reinhold Messner. Und die Erzählungen waren, dass er eben sich immer wieder mal vom Bruder getrennt hat, um nach einem guten Weg Ausschau zu halten, denn Günther Messner war schon viel zu erschöpft. Er hatte auch erste Anzeichen von Höhenkrankheit, laut Reinhold Messner. Ergo musste er seine Energie sparen. Reinhold Messner ging vor, suchte nach einem passenden Weg, durch die Spaltenzonen, durch das Labyrinth aus Fels und Eis, wie er es selber nannte, und holte dann immer seinen Bruder nach. Und irgendwann kam er aber nicht mehr nach, denn eine Lawine hatte ihn erfasst. Das war die Geschichte, die Reinhold Messner erzählt hat. Aber Karl-Maria Herlikhofer war gänzlich anderer Meinung. Denn als die beiden am Tag des Gipfelaufstiegs nicht mehr auftauchten, da verkündete Karl-Maria Herlikhofer bereits, dass die beiden gestorben sind. Jedenfalls Günther Messner, Reinhold Messner aber verschwunden ist. Dass er damit einen relativ guten Blind Guess verursachte, das war zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht bekannt. Letztlich fand die Expedition Reinhold Messner aber am Fuß des Berges wieder, als sie ein paar Hunzas aus Pakistan eben fanden und versuchten Richtung Straße zu bringen. Auf dieser Straße trafen sich dann die Expeditionsleitungen und Reinhold Messner wieder. Günther Messner war natürlich nicht da. Das führte wiederum zu der Diskussion, was war eigentlich passiert. Reinhold Messner und Karl-Maria Herlikhofer haben sich nie sehr gut verstanden. Das führte dann letztlich dazu, dass Karl-Maria Herlikhofer auch mit einem relativ negativen Vorzeichen seine Geschichte, seine Erzählung entwickelte, obwohl er selber gar nicht dabei war. Diese Geschichte setzte sich aber ziemlich stark durch. Und auch der Deutsche Alpenverein deckte Karl-Maria Herlikhofer in diesem Fall mit seiner Version, sag ich jetzt mal. Auch in der breiten Öffentlichkeit war das ein relativ großes Thema. Reinhold Messner wurde als Brudermörder dargestellt. Das wurde tatsächlich einmal so getitelt. Ob er ein Brudermörder war oder nicht, das war zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht klar. Aber Reinhold Messner konnte sich auch nicht wirklich wehren. Als er seine Version der ganzen Geschichte nämlich offenlegen wollte, nämlich mit dem Buch Die rote Rakete, Da packte Karl-Maria Herlikhofer eine Klausel in seinem Expeditionsvertrag aus. Nämlich die Tatsache, dass nur Karl-Maria Herlikhofer allein die Geschichte dieser Expedition vermarkten und verwerten darf. Niemand anders hat irgendwelche Rechte an den Geschehnissen am Nanga Parbat. Diese Klausel wurde bereits vor der Expedition letztlich unterzeichnet und also bestätigt dementsprechend, sodass letztlich Karl-Maria Herlikhofer vor Gericht sogar gewonnen hat und das Buch Die rote Rakete einstweilig verboten wurde. Das alles führte dann dazu, dass die Geschichte von Karl-Maria Herlikhofer, nämlich Reinhold Messner, dem Brudermörder, dem Mann, der seinen Bruder am Nanga Parbat entweder im Stich gelassen hat oder zurückgelassen hat oder eben nicht gut genug auf ihn aufgepasst hat etc. Da gab es viele diverse Vorwürfe, auch in Interviews, auch über Nachrichtenartikel und so weiter. Da gab es dann die wildesten Geschichten darüber. Das war die einzig legitime Version dieser Geschichte. Und diese Legitimität war nur dadurch gedeckt, dass keine zweite Meinung erlaubt war. Die ganze Geschichte darüber ist eine relativ aufwendige. Auch in Berge im Porträt Nanga Parbat 1 Teil 1 bis Teil 3 rede ich sehr viel über diesen Fall. Da wird das Ganze nochmal ein bisschen näher aufgearbeitet. Es ist insgesamt aber eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Warum ich das alles hier aber nochmal aufarbeite, hat eigentlich nur einen einzigen Grund. Nämlich die Tatsache, dass Günter Messner ein sehr, naja, heute würde man sagen ein gebranntes Kind ist. Denn er hat sehr, sehr viel erlebt. Er hatte eine harte Kindheit mit einem sehr, sehr strengen Vater, mit einem teilweise auch gewalttätigen Vater. Er hatte ein schwieriges Jugendleben. Er war früh ausgebuchst, musste sich somit sehr früh selbst irgendwie versorgen und erhalten. Und dann bekam er eine Gelegenheit zu einer Expedition, die alles in seinem Leben ändern sollte. Und dann endet es mit dem Tod seines Bruders. Man muss sich das einmal vorstellen, wie das für einen Menschen oder für einen selber wäre. Wenn man immer wieder harte Schicksalsschläge hatte, immer zu kämpfen hatte, wenn das ganze Leben aus Kampf besteht im Prinzip. Und dann bekommt man die Chance, sich aus diesem Kampf endlich zu befreien. Denn es bot das Potenzial, irgendwie mehr daraus zu machen, Berufsbergsteiger werden zu können. Durch Medienauftritte oder Medienpräsenz irgendwie ein Einkommen zu lukrieren, das ausreicht. Und dann, genau dann passiert bei dieser Expedition eine unfassbare Tragödie. Der eigene Bruder stirbt. Diese Vorstellung von einem gewissen Leid, das ist eigentlich, das ist fast gar nicht vorzustellen. Ich glaube nicht, dass es leicht ist, das nachzuempfinden. Gleichzeitig wuchs aber in dieser Zeit danach auch der Ehrgeiz bei Reinhold Messner, das weiter zu betreiben. Und seine eigene Legitimation dafür war immer schon, der Bruder ist jetzt tot. Das kann man auch nicht mehr ändern. Aber gleichzeitig kann ich mit alleine unterwegs sein oder wie später dann auch mit Franz Jäger, der ebenfalls dann kurz darauf mit ihm in der Zweierseilschaft umgekommen ist, unterwegs sein und dadurch Leistungen erbringen, die auch Günther Messner letztlich geschätzt hätte. Und Günther Messner war ein Profibergsteiger, beziehungsweise wollte einer werden. Und zusammen mit Reinhold Messner hatte er das letztlich auch vor. Und diese Pläne des Profibergsteigens, die wollte nun Reinhold Messner in die Tat umsetzen. Sozusagen das Werk von Günther Messner vervollständigen, auch wenn er selber sagt, dass das nie seine Intention war. Gut, sei es dahingestellt. Doch die Medien waren in dieser Zeit, gerade nach dem Nanga Parbat, ein sehr, sehr hartes Pflaster für Reinhold Messner. Denn auf der einen Seite starb der Bruder, auf der anderen Seite gleich danach Franz Jäger, ein sehr begabter Bergsteiger. Man titelte teilweise, dass der Reinhold Messner ein Bergsteigermörder ist. Denn er bringt ambitionierte Bergsteiger um, weil sie sich die ganze Zeit mit ihm in Gefahr begeben. Und irgendwie überlebt immer Reinhold Messner. Es wurden Zweifel laut, ob Reinhold Messner eigentlich wirklich ein verantwortungsvoller Bergpartner ist. Es wurde also schon wieder schwer. Doch gleichzeitig konnte man das irgendwie aus einer anderen Perspektive nie nachvollziehen. Und ich glaube auch Reinhold Messner konnte das nie nachvollziehen, dass jemand, der seinen Bruder am Berg verliert, plötzlich genau dafür kritisiert wird. Es gab kein Schulterklopfen, es gab kein Mitleid, sondern es gab Kritik dafür, dass der eigene Bruder nun tot ist. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, das zu verarbeiten und auch damit zurecht zu kommen. Und dann konnte er das Blatt aber über die Zeit so ein bisschen wenden. Er hatte Fernsehauftritte, er hatte ein paar Interviews und vor allen Dingen, er konzentrierte sich auf ein großes Projekt, das für sich alleine dastehen konnte. Unabhängig davon, ob das nun Reinhold Messner ist oder irgendjemand anderes. Nämlich diese Besteigung der 14.8000er. Das hatte bis zu diesem Zeitpunkt niemand geschafft. Reinhold Messner hatte sich das als Ziel gesetzt. Aber es war natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel. Zusammen mit Hans Kammerlander, mit Peter Habeler und so weiter, versuchte er dieses Ziel letztlich zu erreichen. Also verschiedene Bergpartner, teilweise aber auch alleine. Reinhold Messner wollte damit so ein bisschen eine Grenze schaffen. Zwischen diesem medialen Wirrwarr von Nanga Parbat und Franz Jäger und Co. hin zu einem Projekt, das im Mittelpunkt steht. Und er ist im Prinzip nur der Protagonist in dem Film. Er ist aber nicht der Film selber. Gleichzeitig sagt er aber immer, diese 14.8000er, das war eigentlich überhaupt nie sein Ziel. Es hat sich letztlich nur so ergeben. Um ehrlich zu sein, ich persönlich kann es ihm nicht glauben. Auch wenn er diese Ansicht sein ganzes Leben lang verteidigt hat. Warum besteigt man 14.8000er, wenn es einem nicht um die 14.8000er geht? Ich glaube es sehr wohl, das ist aber nur eine Vermutung von mir, dass er sich das insgeheim letztlich auch zurechtlegen musste. Denn er wurde später zu einem Menschen, der, ich sag jetzt mal, fast schon propagandistisch versucht hat, diese Meinung in der Öffentlichkeit zu vertreten, dass Berge im Prinzip nicht immer über den leichtesten Weg und nicht immer so schnell wie möglich und so einfach wie möglich bestiegen werden sollen, sondern dass alles ein Abenteuer sein sollte und so weiter. Das Ganze passt natürlich nicht zusammen mit diesem, ich muss jetzt 14 Gipfel besteigen. Das ist quasi ein Wettlauf. Hans Kammerlander selber sagt aber auch mal, das artete extrem in einem Wettlauf aus. Also die letzten zwei Berge, sagte Hans Kammerlander, das hatte für ihn schon das Potenzial eines Wettkampfs. Das heißt, die Außenstehenden haben Reinhold Messner durchaus immer als einen sehr ehrgeizigen, sportlichen Menschen betrachtet, der auch an einem gewissen Erfolg als Erster, als Schnellster und so weiter sehr interessiert war. Er hat sich das aber in seinen Mediengeschichten auch immer sehr gut zurechtgelegt. Er hat sich gesagt, nein, also das mit dem ohne Sauerstoff auf dem Everest gehen, mit Peter Habeler zusammen, das hatte nichts damit zu tun, dass er der Erste sein wollte, der das jemals macht und dass das sehr medienwirksam war vor allen Dingen, sondern er wollte quasi einfach beweisen, dass das möglich ist, aber das wäre auch okay gewesen, wenn das irgendwer anderer gewesen wäre und so weiter. Das hatte alles immer so einen faden Beigeschmack von, naja gut, das musst du jetzt eigentlich sagen, weil du gibst ja später in deinen ganzen Büchern, in den ganzen kritischen Büchern, Rettet die Berge und Co., gibst du ja auch immer an, dass du in gewisser Weise jemand bist, der dieses ursprüngliche Bergsteigen vermitteln möchte, der sagt, wir sollten uns nicht auf Zahlen konzentrieren, auf Wettkämpfe, auf Sportdisziplinen innerhalb des Bergsports, wir sollten uns auf die Ursprünglichkeit, auf das Abenteuer konzentrieren. Der hat dann immer mit so Plädoyers um sich geworfen, die dann einfach nicht zu seinen Geschichten gepasst haben und es ist eben einfacher, die Geschichten an das Plädoyer anzupassen, also die Vergangenheit an die Gegenwart anzupassen, als die Gegenwart an die Vergangenheit, vor allen Dingen, und das ist eben der größte Kritikpunkt an Reinhold Messner, vor allen Dingen eben, wenn die Gegenwart nur dann gut verkauft werden kann, wenn sie nicht der Vergangenheit entspricht. Denn dieser Gegenpol zum sportlichen, zu diesem wettkampforientierten, zu diesem leistungsorientierten Bergsteigen heute, das war immer schon Reinhold Messner, das war quasi immer die Reinhold Messner Szene, die Reinhold Messner Anhänger, die Leute, die gesagt haben, wir gehen nicht in die Berge, weil wir sportlich sein wollen und weil wir irgendeine Zeit, eine Bestzeit schlagen wollen, sondern wir gehen in die Berge, um ein Abenteuer zu entdecken. Dass das mit seiner Vergangenheit nicht zusammengepasst hat, das ist vielen Reinhold Messner Anhängern heute egal. Und ich muss zugeben, auch für mich zählt mehr, was ein Mensch heute sagt, als was er gestern gesagt hat, aber gleichzeitig ist es natürlich ein berechtigter Zweifel an seiner Authentizität. Heute bin ich mir sicher, dass er diese Aussagen und diesen Ansatz, diese Ansichten auch wirklich lebt. Aber damals, als er diesen Schwenk gemacht hat vom Extrembergsteiger zum Autor und er hat ja wirklich hunderte Bücher tatsächlich geschrieben, also es sind ja wirklich über hundert Bücher, die er geschrieben hat und noch viele mehr, die nie veröffentlicht wurden, als er quasi dahin gewechselt ist zum Autoren-Dasein. Da muss man schon sagen, ob das nicht doch kalkuliert war. Darüber lässt sich letztlich nur spekulieren. Dass er ein Extrembergsteiger wurde, das kann man immer auf der einen Seite dadurch argumentieren, dass er einfach extreme Abenteuer gesucht hat, aber auf der anderen Seite auch dadurch, dass das Bergsteigen in den 70ern eigentlich und in den 80ern auch eigentlich hauptsächlich durch extreme Leistungen finanziert hätte werden können. Die Finanzierung durch Sponsoren und Co. setzte immer ein extremes Maß an Leistung voraus und genau dem musste er entsprechen, um letztlich von seinem Sport auch leben zu können. Somit kann man jetzt sozusagen die Ursache oder den Ursprung, die Intention dahinter durchaus hinterfragen und das auch zu Recht. Und Reinhold Messner hat dazu natürlich eine Meinung und auch viele andere Leute haben dazu eine Meinung und das wird sich wahrscheinlich nie zu 100% decken. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Leute, die sagen, er macht das alles heute, weil er geldgeil ist. Der Mann hat Millionen verdient mit seinen Büchern, mit seinen Filmen, mit seinen Museen, die er mittlerweile auch hat. Er ist ein, also im Englischen würde man sagen, ein Hypocrite. Er ist ein Heuchler, denn er sagt, man soll die Berge so lassen, wie sie sind. Und dann wurde ein Berg verformt und teilweise vom Berg was eingesprengt, damit ein Museum reinpasst und so weiter. Das alles wird ihm vorgeworfen und das sind alles wirklich, wirklich valide Vorwürfe, die man nicht verdrängen und nicht vergessen darf. Man muss sie aber gleichzeitig auch abkoppeln von dieser bergsteigerischen Person, Reinhold Messner. Der Mensch, der sehr, sehr große Leistungen für den Alpinismus erbracht hat, der sehr viel gezeigt hat, der gezeigt hat, was alles möglich sein kann. Wenn man ein bisschen ein Commitment hat, wenn man die richtigen Fähigkeiten hat und vor allen Dingen, wenn man fokussiert ist auf ein gewisses großes Ziel und bereit ist, alles dafür zu geben. Dass es ihm oftmals ums Extrembergsteigen und nicht so sehr ums Ansehen ging, das zeigte beispielsweise auch, dass er für eine Expedition mal sein Auto verkauft hat, seinen relativ teuren Porsche, den er sich damals nach seiner letzten, also nach der Expedition davor, kaufen konnte, durch seine ganzen lukrativen Verträge, die er dann hatte, als Vortragender, den hat er wieder verkauft, damit er sich quasi die Permit leisten kann und die gesamten logistischen Kosten drumherum. Auf der anderen Seite ist er heute natürlich ein Mann, der gerne in Wohlstand lebt und hier muss man auch nochmal vielleicht ein bisschen die Kritik an ihm abfedern, auch wenn ich niemand bin, der ihn gerne verteidigt in dem Sinne, aber zumindest ein bisschen Klarheit schaffen, was das betrifft. Denn Wohlstand allein ist ja nichts Verwerfliches. Wir sollten niemandem vorwerfen, dass er mit, weiß ich nicht, 10, 15, 20 oder 30.000 Euro im Monat lebt. Ich finde, das sind Dinge, die kann man auf einer politischen Ebene diskutieren, die kann man auf einer steuerlichen Ebene, auf einer finanziellen Ebene diskutieren, aber nicht auf einer persönlichen Ebene. Wenn ein Mensch es schafft, durch seine Arbeit 15, 20, 30, 40.000 Euro im Monat zu verdienen, dann soll ihm diese Summe auch gegönnt sein, denn er tut ja nichts Unrechtes in dem Sinn. Und auch Reinhold Messner hat meines Wissens nichts Unrechtes getan, um an dieses Geld zu kommen. Die Menschen, die Firmen, die Städte waren bereit, für diese Vorträge diese Summen zu bezahlen und dementsprechend soll es ihm auch vergönnt sein, dass er eben dann die finanziellen Mittel hat, um Museen in den Berg zu sprengen und Co. Das ist dann einfach eine Sache, die man persönlich bewerten kann, die aber von seiner bergsteigerischen Leistung eigentlich komplett abgekoppelt liegt. Diese Person Reinhold Messner, wie sie heute dargestellt wird, der Mann, der sich überall aufdrängt und aufspielt, weil er mediengeil ist, und das war er übrigens auch früher schon als Bergsteiger noch, weshalb er sich eben wahrscheinlich auch so gut finanzieren konnte, das ist eine ganz andere Person, unter Anführungszeichen natürlich, als der Bergsteiger Reinhold Messner. Und genau das sollte man definitiv unterscheiden. Wir müssen die Person Reinhold Messner, den sehr, sehr wohlhabenden Mann oder den Politiker, wie er früher mal war im EU-Parlament. Wir müssen das alles, wir können das alles bewerten und wir können ihn dafür sympathisch und unsympathisch finden. Aber wichtig ist jedenfalls, die Trennung vorzunehmen von seinen bergsteigerischen Leistungen. Und das wird in der Gesellschaft heute viel zu wenig gelebt. Ein Mensch wird nur noch als Ganzes betrachtet. Ein Mensch wird nicht nach dem einen Gesichtspunkt betrachtet und nach dem anderen Gesichtspunkt. Es gibt Menschen, die sind durch Betrug unfassbar reich geworden und haben irgendwie den Staat und Menschen übers Ohr gehauen und so weiter, sind aber gleichzeitig als freiwillige Leute in der Suppenküche für Obdachlose unterwegs und so weiter. Und wir können diese Menschen für den größten Steuerbetrug der Welt oder was weiß ich, scheiße finden, abgrundtief scheiße finden. Aber auf der anderen Seite können wir sie auch großartig dafür finden, was sie in ihrer Freiwilligkeit leisten. Und diese Differenzierung, die wäre auch bei Reinhold Messner, gerade in der Bergsport-Community, sehr wichtig. Und ich spreche das deshalb heute auch an, weil sehr viele Leute immer wieder Kommentare schreiben unter das Reinhold Messner-Legenden-im-Porträt-Video beispielsweise, dass er ein Heuchler ist, dass er ein schlechter Bergsteiger war, dass er nur geldgeil ist, dass es ihm nur um die Ausschlachtung seiner Geschichten ging. Aber dazu habe ich eben diese zwei Punkte. Auf der einen Seite, ja, er ist definitiv jemand, der sich gerne in die Medien drängt, der gerne sehr viel Geld verdient, der gerne wirtschaftlich denkt. Und das sieht man ihm auch einfach an, in dem Sinne, dass er sehr oft in Interviews sitzt, dass er sich sehr oft bei Markus Lanz gegeben hat und so weiter, dass er gerne Filme dreht, all das. Auf der anderen Seite muss man eben aber auch diese bergsteigerische Kompetenz sehen, die er nun mal hat und die er auch in seiner Vergangenheit gezeigt hat und die für sich allein bewerten. Und in dem Fall kann man ihm nichts außer großartigen Alpinismus ankreiden, wenn man das für sich allein isoliert betrachtet. Und der zweite Punkt dazu ist, Reinhold Messner, glaube ich, hatte, wenn man sich mit seiner Biografie wirklich beschäftigt, wirklich intensiv beschäftigt, hatte, glaube ich, bis zuletzt ein sehr, sehr schweres Leben. Ich glaube, bis nach seiner Nordpol-Expedition war es immer ein sehr zerrütteltes Leben. Immer wieder verlor er Bergsteiger. Immer wieder verlor er, ja, er verlor auch einen Bruder. Er verlor auch noch einen zweiten Bruder, nicht bei, mit sich in einer Expedition oder Ähnliches, aber ebenfalls auch auf einem Berg gestorben, als Bergführer. Reinhold Messner hatte eine zerrüttelte Kindheit und Reinhold Messner hatte es selten leicht im Leben. Reinhold Messner hat jahrzehntelang tatsächlich bezüglich dieser Problematik mit Karl-Maria Herrlikhofer und der Nanga-Pabat-Expedition vor Gericht, aber auch außergerichtlich gegen Medien, gegen den Alpenverein und so weiter gekämpft. Nicht mit Fäusten, aber eben mit Worten. Und all das hat dieses Leben, glaube ich, sehr, sehr anstrengend gemacht. Und deswegen bin ich auch auf einer persönlichen Ebene bereit, zu sagen, Reinhold Messner darf sich auf seinem Wohlstand und auf dem Luxus, den er sich selbst dadurch finanziert hat, durchaus ausruhen. Und er hat da ein relativ anstrengendes Leben, glaube ich, als Außenstehender zumindest. Auch wenn er es wahrscheinlich selber heute so nicht betiteln würde, denn die Angst wäre wahrscheinlich auch zu groß, dass ihm irgendjemand vorwerfen würde, dass er wieder nur auf der Suche nach irgendeiner Aufmerksamkeit ist oder sich für irgendwas rechtfertigen will. Deswegen, ich glaube, Reinhold Messner hat es sehr schwer in der Öffentlichkeit. Natürlich kann man sagen, er muss ja nicht in der Öffentlichkeit stehen, aber das ist ein Mensch, der sehr früh sich dazu entschieden hat, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und wenn man mal da ist, wenn man mal in der Öffentlichkeit ist, wenn man mal im Gespräch ist, dann ist es relativ schwer, sich daraus auch wieder zurückzuziehen. Deswegen, wir sollten Reinhold Messner leben und leben lassen. So wie, also, ja, Reinhold Messner darf tun, was er möchte. Und wir sollten aber definitiv auch jetzt noch, auch wenn er mal gestorben ist, egal wann, aufhören, bissige Kommentare und vor allen Dingen sehr einseitige Kommentare über einen Menschen zu verfassen, den man vielleicht gar nicht so gut kennt, wie man glaubt. Oder von dem man, so wie ich das vorhin schon gesagt habe, vielleicht nur eine der wenigen Seiten kennt. Er ist ein Ehrgeizler gewesen. Er war ein Mensch, der sehr rücksichtslos ist, wenn es um die Berge ging. Und er hätte sehr viel riskiert, um seine Ziele zu erreichen. Das alles verheimlicht er aber nicht. Es ist nicht so, dass man sagen kann, naja, er erzählt immer nur die halbe Wahrheit und so weiter. Selbst in seinen eigenen Biografien gehen die Menschen, die interviewt werden, sehr schonungslos mit ihm um. Und er, der letztlich dafür verantwortlich ist, dass das reingeschnitten wird oder eben nicht, er akzeptiert das und lässt das dann letztlich auch im Film. Insofern, mangelnde Selbstreflexion kann man ihm letztlich doch eher nicht ankeilen. In diesem Sinne, ich wünsche Reinhold Messner in Kürze einen schönen 78. Geburtstag. Und auch euch wünsche ich natürlich, auch wenn ihr jetzt gerade keinen 78. Geburtstag feiert, noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns am Sonntag wieder. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Und Bergheil. Bis zum nächsten Mal. заб im Vielen Dank.